Das war's für heute. Mal kann man richtig gut zoomen, mal kann man nicht gut zoomen. Irgendwas ist in dem Spiel nicht so ganz klar. So groß kann man das sonst nicht sehen. Also, naja. So, wir sind bei Zentronomen. Haben da, glaube ich, Lootech-Komponenz verkauft. Und ich denke, wir fliegen jetzt wieder zu unserer Station. Das sieht jetzt auf der Karte aus. Ist irgendwas piratenmäßig, wäre da, sonst nirgendwo. So, fliegen wir erstmal nach Lenoxow. Ja, da gibt's Fuel. Und Lootech-Komponenz sind auch produziert worden. Fliegen wir zu unserer Station, ne? Hier geht's jetzt auch wieder größer rein, zu zoomen. Interessant. Gut, da sind wir angekommen. Oh, kein Industrie-Equipment gemacht. Interessant. Ja. Confirm. Fliegen wir da hin. Kaufen da ein bisschen Treibstoff ein. Na, das wollen sie ja nicht haben, ne? Brauchen wir das hiervon noch was. Supplies reichen noch. Ja, fliegen wir nochmal zurück zur Station, weil ich denke, dass da jetzt, äh, sag schon, äh... Äh... Industrial Equipment gleich produziert wird. Ja, da hat's passiert. Dann... ...gehen wir da weit rein und holen die noch raus. Confirm. Dann denke ich mal, fliegen wir zum Sprungtor. Da geht's hin. Leaf und los geht's. Da rein. Oder Jump to Hyperspace. Ja, jetzt die Frage... Ich glaube, wollten die nicht auch da... ...Low-Tech-Komponents haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da war ein Pirat. Aber den kriegen wir wohl nicht, ne? Schade. Klingen wir da gerade rein. Financial Center? Nee, Shipyard. Gucken wir jetzt, haben wir jetzt wieder Industrial Equipment gemacht. Hightech-Komponents. Hightech-Komponents. Slow-Tech-Komponents. Wir könnten Industrial Equipment hier kaufen. Wir haben noch sechs Hightech-Komponents. Verstehe ich jetzt nicht. Wo habe ich die denn weg? Kommen die, kommen dann auch weg. Punkte gesammelt. Disconnect. Leaf. Dahin. Da sind noch ein paar Piraten. Da auch. Aber die sind alle so klein, die wollen nichts von uns wissen. Gut. Da ist das Sprungtor. Hinein. Dann fliegen wir da rein. So. Wie die da durch und her fliegen, ne? Schon interessant, ne? Da ist das System. Fliegen wir in Jumppoint rein. Und Fliegen wir zu unserer Station. Blauer Planet. Blauer supplies. Wissen wir. Aber die sollten wir gleich wieder auffüllen können. Nämlich dort. So. Gut. Sortier die mal so. Und confirm. Die können wir noch hier lassen. Obwohl, das ist auch Blödsinn eigentlich, ne? Aber, komm. Gerade einmal rüber geflogen. Supplies verkaufen. Und confirm. 300.000 haben wir da. Ja. Wie weit ist es hier mit Aufstieg dauert noch ewig. Können wir wieder wegfliegen. Oder zum Militärer Outpost. Fliegen wir da ein. Fuel noch gemacht. Load-Tech-Komponenten sind auch dazu gekommen. Kommt der Sprung-Toror gleich. Nice. Und Jump to Hyperspace. Kriegen wir die da? Komm schon. Wir sind ins System geflogen. Gucken wir, ob wir da auch reinfliegen können. Fliegen wir den entgegen, oder? Gucken wir, ob wir sie abfangen können. Okay. Ah, die sind schon zu erschossen, ne? Tja, schade. Dann lass uns da nochmal hinfliegen. Können wir noch ein bisschen nachtanken. Ausfluglöse noch gar nicht gekommen. Gut. Und dann zum Sprung... Ah, ne. Die nehmen wir jetzt noch mit. Die 250 Fuel. Aber ne, ist Fuel. Na, komm. Ja. Ja, komm. Und auf geht's zurück. So. Gut. Oh, die sind aber flott unterwegs, ne? Wir holen uns grad. So. Ein Blick auf die Karte. Verrät uns, dass wir mal da hinfliegen. Aber hier, da ist ja auch nix, ne? Jetzt haben wir kein Ziel mehr. Wie kriegen wir denn Spaß denn hier wieder hoch? Tja. Geht nicht, auch schön. Okay. Dann können wir hier mal ein paar noch da lassen, denke ich mal. Oh, da ist nicht genug. Die reichen gerade so. Ja. Da haben wir genug. Was wollen wir mehr? Sollen wir irgendwelche Schiffe hier lassen, ist die Frage, ne? Hm. Combat Readiness. Ein Prozent. Sieben Prozent. Achso, da müssen wir hin und sehen, was. Elf Prozent. Elf Prozent. Elf. 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 Zweiundzwanzig. Elf. 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 Tja. Elf. 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 ���co. Let's call. run simulation with a ship refining ship Ja, gut. Helfen uns jetzt hier auch nicht weiter. Kommen wir zu der Station noch hin, gucken uns da noch um. Das war falsch. Da wollte ich rein. Sell Industrial Equipment. Oh, wieder 4000 Punkte gemacht. Disconnect. Ja, leave. Nächstes Mal müssen wir gucken, dass wir hier ein paar Punkte mehr kriegen. Wo war das denn jetzt hier? Ordinenz Points. Hier, aber da haben wir ja schon 10. Super, ne? Hm. Tja, ich glaube, da können wir gar nichts mehr weiter machen. Puh, 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 puh. Ja. Ich denke, wir fliegen nochmal hier hin und werden dann beim nächsten Mal da ein Schiff lassen. Aber für diese so eine Runde soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tja,tja,tja,tja,tja. Bis dann. Dann mal ein Melissa. Vielen Dank.